ich gehe rein vor sich die 109 die in der steigenden dieser ist sechs ich schieße gleich ja weg da ich gehe runter treffer raus es sind ganz viele in verschiedenen höhen aufpassen ich gebe in der rolf steigend seid ihr noch dran ich bin dran ich bin direkt hinten sehr schön ich sehe es wir sind direkt hier bei panor übrigens seid ihr da auch sky und video ja direkt oben drüber ich habe hurricanes auf 15 auf 8 um spitfire komm rein auf 20 ich glaube wir sollten uns eher verpissen ja ich denke wir sollten uns noch ausziehen jetzt das wort zu viel vor was hier los ist jetzt mindestens über 15 kontakte geht noch zichtung nord kurs richtung noch allemann regte in eines bittes hoch die hat die luftfreiheit auf 25 über dem platz ich habe mich gerade passiert ich ziehe mich auch erst mal raus freiheit und walter sah eine hat uns passiert aber wie konkret wir müssen uns sammeln kohl hier über lisa ich bin frei ich mache wieder höher ich warte auf euch hinten ist eine 109 mit einer spit im luftkampf keiner von uns oder wir sammeln uns nördlich vom platz und geht dann wieder bitte auf höhe ja ich denke ich sehe dich bist du auf hallo 28 jetzt negativ 18 steigend lisa hochkreiselnd bin gerade bei gramer ivrange gestartet und fliegt zu euch kontakte in hallo 20 25 20 plus in richtung kurs noch wenn ihr sein werden verfolgt von drei weiteren drückt mal ein bisschen an und checkt eure 6 da hat irgendjemand 6 nein wie nicht ich habe noch 25 doch da sind spitfire mit dabei da wie du hast recht also die sind weiterhin dort noch ein stück ich glaube die kommen dran die kommen echt dran das gehen wir in der roll ich habe jetzt gerade genau jetzt ein paar 109er sind jetzt gerade vorbei geht mal alle über ok ich sehe aber nur 109er hier sechs stück da ist der wolke auf der höhe jetzt wir sind zusammen wir sind alle mann zusammen durch ich gehe noch mal in die lisa dann können ja alle noch mal rankommen willst du die führung übernehmen wie du nein du wirst ok hier auf lisa und dann gehen wir doch mal zurück hätte ich gesagt oder fiktor haureto skala 1 1 1 atta was viertel vor 11 glückwunsch für was für den abschuss schaut kein abschuss land aber eben oben noch ohlala steht noch was auf von schnappbein nicht schlecht ja ok haureto ok noch eine 109 kommt rein jetzt sind wir wirklich glaube ich voll zählig viktor also nochmal zurück unten am platz gehen wieder einige weiter kommt was auf unterer 10 uhr äh spitfire 10 uhr unterhalb vorsicht aber nicht weit unterhalb jene lisa ja das ist die die uns folgt ne die kam jetzt gerade erst von vorn äh oh der kommt schön rein viktor doch bitte wer rein und raus geht dann muss er dann zurück und ich setze mich sofort dahinter bin schon dahinter ok und hier ein wort gleich noch ein zweiter draussen falls du kannst breit gib ihm auch noch was mit er hat uns gesehen achtung zweites bit oberhalb zweites bit von oben kommt da rein könnt ihr die übernehmen wie du viktor ich kümmer mich rum in lisa kurve in lisa zweites bit oberhalb in lisa habt ihr einiges mitgegeben geh raus was ist ja euer hallo wann sehe ich los 35 ok die eine spit geht runter ist ja die nahe an amir ich sehe die zweite spit ist auch beschädigt eine habe ich spritten geschossen glaube ich ne wasser kühler sogar oder eine haut ab die andere genauer ist ja die südwestlich von amir nördlich von panor 5 kilometer 10 ebanio du gehst mit mir auf die spritten da ok ja ich bin direkt war übrigens schöner Schuss wie du ich war da immer noch nach unten durch flieg nach Haus weiter da du kommst nur locker über die Grenze ebanio ich bin dich habe ich abgeschüttelt ich bin normal nein ich bin oben jemand hat dich ja gesagt als du sagst du gehst rein hab ich gesagt ich bleib oben ok siehst du mich nein negativ ich sehe grundsätzlich zwei die 109 in meiner 7 der hat eine 109 auf mich geballert ja ich hab's gesehen ich hab's gesehen der schießt immer noch ach man hängst du noch lebanu ja ich bin oben drüber so ich bin hinter euch sobald ich raus bin jo victor ich hoffe dass er es jetzt gecheckt hat das dreht er glaube ich ab ja er dreht weg ja sorry war ich ich habe eindeutig krokaden eben gesehen also ja hat eine E1 genau fällt nicht ganz so auf unten am platz ist richtig viel los wie du wie sieht es bei eurer aus wir kämpfen noch mit der Höhe ist geil mach mal Rolf-Lieser den Rolf-Lieser ich bin raus geh raus ja wollte ich gerade sagen ich geh raus hat schon ill und warst nach vorne da gehen wir auch nochmal rein ja ich hab neben VITOR 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 sind unter uns VITOR VITOR ist abgestürzt VITOR komm nach raus VITOR ist abgestürzt VITOR VITOR ist langt schon wie ist tot ja steht in 12 Uhr unterhalb VITOR lass ab direkt am platz auf hallo 10 sind zwei spitz an der 109 freiheit zwei Stück vor uns ja ich bleib hier oben in dieser VITOR hab einer was mitgegeben auf die zweite ich versuche dich gerade zu finden wenn du mich siehst komm ran ich seh dich nicht deswegen ja ok die hab ich auch schönen wasserkühler machst du gerade ne lisa ja lisa ich bin raus VITOR VITOR ich will wieder höhe machen wenns geht hab grad die zweite verloren dummerweise ich seh dich ich seh die zweite nah weit bitte ja da unten ist doch die mit dem wasser die kam ja doch nix die war zu tief sei doch nicht mal über den Platz Libano hat Rolf hat Rolf kommst du hin scheiße ja vorsicht ich wollt grad sagen das bist du frei das war's wasserkühler sorry das hab ich zu spät gesehen freiheit was kommst du drauf auf die Spitz mit dem wasser negativ danke ich bring's jetzt in kurven so viel Zeit haben wir noch ich häng und du stehst da hinter VITOR immer hinterher unter Druck halten das Ding unter Druck halten das Ding was ist mit der Lustfreiheit bist du beschäftigt oder was na ich hab euch jetzt verloren das war ein Problem 206 ah da seh ich euch wieder ich seh hier ne E1 auf 1000 Metern nördlich vom Poinor ist unter mir direkt nicht ich ich fäng noch dran sag was mein Energieläfen weiß ich nicht wer hat den Wasserkühler du kann nix machen ich bin am trudeln wo ist sie hin sie fliegt weiter ich glaub sie geht sag mal was ich muss wissen was ich machen soll hat mich gehettet aber nix passiert Tui ja über Rolf über Rolf noch ne E1 in Lisa westlich des Platzes der geht nämlich über Lisa auf 3,5 die bleibt schnell die ist frei ah ich seh die die stinkende 109 das ist VITOR oder? wenn sie da gerade zwei gerammt haben ja da bin ich mit dabei ich geh nach Hause geh ich geh ja du hast noch immer einen hinter dir sitzen wenn du jetzt nach Lisa ziehst äh ne Pillionen zieht nach Lisa stinkt so ich hab 6 auf Deck mit auf Deck hab grad ne Speedfire angeschossen die noch immer der 109 folgt die Pfanne zieht jetzt über Rolf ich geh nach Not raus eine 109 die nach Süden abfliegt über den Platz hat naja nein die Speedfire zieht jetzt wieder weg aber es war fast dran Libanu wer war denn das? wo bist du Freiheit? ich bin auf Deck ich stehe im Luftkampf mit 2 wo vom Platz aus? ah überfliege warte ich unter der Spitfire die Fahne zieht ist ne Hurricane ich geh drauf ich muss hier kurbeln wie wild ich such kann noch dauern Libanu? ja ich warte auf dich da können wir zusammen nochmal schlagen wie hieß'n der Typ? Eidritz oh man ich hab Öl an der Scheibe äh nie auf 0 runterfallen nicht am Platz vor allem wie du Ricardus? wie hieß'n der Typ? da dich Happy 791 ok aber dass wir beide dran schuld an dem Ramm es war ein Head-On und keiner ist ausgewischt also da hab ich auch 50% Teilschuld dran ah zähl ich nicht Freiheit nee kanns auch nicht mehr Maschine geht aus ich muss Not landen so fair muss ich schon sein wo seid ihr alle noch? ich bin jetzt über dem Flugfeld auf 3-0 ja auf dem Platz heißt grad so an dem Feinflugfeld nie auf 0 runtergehen oder auch nicht so ist passiert ich bin aufgeschlagen Position ich glaub das alle noch bei Poinor sind die noch in der Luft sind nee Pylon geht nach Hause ja Pylon hat mehrere Lacks gehabt da ist glaube ich Wasser und Treibstoff gehabt Viktor ja genau oh jetzt wird's auch kritisch es startet wieder einer am Platz ja der geht's cool es scheint Luftkampf auf HALO 30 westlich vom Platz zu sein in den Wolken wie du's abschreit wenn's bei dir noch mal läuft neu los geht ähm ich hüpfe mich gerade ich fleisch mich gerade über die Grenze jo oh Spitfire unterfliegt mich gleich da stütz ich doch mal drauf wie hoch bist du? 35 aber die Spitfire ist glaube ich auf 1500 bis 2000 die ist nördlich des Platzes jetzt in Arolf nicht grad so welcher Platz denn bitte? Poinor Polks ja Poinor ist ich seh die nicht Karaja hab ihr mitgegeben die zieht jetzt Fahne Öl und äh Wasserkühler ist jetzt in einer starken Leaser nördlich des Platzes auf HALO 15 ich geh jetzt nördlich raus auf 3000 ich denk wir haben gleich äh wird er Blenheims attacken und zwar in den Raum Liges Coom geht da grad einer von euch auf die Spitfire mit Öl und Wasserkühler? das muss der Dewey sein, das ist ne E1 ne 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 ich bin auf HALO 30 Kreis über die Spitfire äh Welkman EG14 eh klar äh Bebanu, nimm mal ne E3 von Liges Coom weiter saß auch über Liges Coom Liges Coom Passieren wir uns? Passieren wir uns? ne 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 Spit auf HALO 30 über dem Platz genau HALO 35 äh ich sprit nämlich 200 Kilo mit bist du in der Nähe, äh Karaja? ich bin noch immer über Poinor ja sag ich ja, auf HALO 35 ist ne Spitfire ah scheiße ich saß ich bin auf 36 äh, seh noch keine Spitfire äh, seh noch keine Spitfire Liges Coom direkt über dem Platz live ja wie, dann mach ich da einfach an Alarmstadt von Liges Coom da haben wir Lös bald aus HALO ran, deine Chance muss aber ehrlich sein, ich seh keinen ich seh zwei Kontakte südwestlich vom Platz auf 35 bis 40 das scheiß Ding kanns noch nicht übersehen da ist ne, ja da ist ne Spitfire und ne 109 ja 109 ist ne Rolf weg da das bist du? ich bin über ihr ja ja der kann mir nicht gefährlich werden ok ich komm hinter der Speedy rein bin aber leicht unterhalb der steigt jetzt grad in dich hinein ja weg da weg da warte ich versuch ihn vielleicht zu beschießen aber ich bin leider noch weit weg ich hab kein Problem hier ich hab kein Problem hier und soll ich drehen wenn du was sagst? über Lisa du ziehst jetzt aber hast jetzt kurz Fahne gezogen komischerweise jawoll, Zeitepil aber es war vielleicht irgendwie Server related ja er geht runter jetzt übrigens könnte jetzt ah da kommt jetzt ja ich geh jetzt hinein ja warte dann halt dich mal gerade bei dir hat grad noch was passiert vorsicht ich hab ihn grad zusammengeschossen sehr schön ne Motor geht glaub ich aus ja wasser ist irgendeinen Wasserkühler hat er auf jeden Fall auch ja der Motor hat glaub ich auch nur leicht durchgedreht da kommt schon mal noch einen tiefen Kontakt Richtung Liges Co ja der geht runter auf jeden Fall ich häng mich mal dran irgendwas rauchen halt da kommst hinter mir rein ja ja jetzt wo ich ja keinen Stress mehr mit der Mission Challenge hab trau ich mich auch wieder eine E1 fliegen also so schlecht ist sie gar nicht vorbei so eine E1 late also bei der also bei der 109 auch nicht so schlimm gewesen ziehst du grad weg 109 auf hallo 42 noch einer von uns über dem Platz vor Nord das kann einer von EG14 sein ja aber ich hab jetzt gemerkt bei der Hurricane am Deck der bin ich echt nicht davon gekommen der hat mich sogar eingeholt das Schwein er willst du ein nach Haus oder was? nein nein aber ich schau mal was es hier alles zum finden gibt ich habe hier aber wirklich kacke FPS über den Wolken gleich ich hab grad gar kein Problem zum Glück Viktor ich patrouille vor allem wenn ich reinzoom patrouliere tief um den Platz ringsherum über dem Waldgebiet ja es muss noch von der Näsa weil die Sräden hier noch gehen Viktor dann suchen Waldausauer suchen tief Viktor ja hohe du hohe du Flak schießt aus dem Wald aus Richtung Wald ja aber ihr seid noch bei Aveville oder? ja Lieges Co ich sehe einen Kontakt westlich zwei Kontakte westlich des Feldes oh vier Kontakte aber am Deck unten fünf Kontakte naja keine Flak naja oh ja Flak schießt natürlich das ist ein Dogfight da unten aber keine ich mach keine Anstalten da runter zu gehen naja Höhenflak jetzt in Hallo 10 Lieges Co Uhr 1000 Meter tiefer 1500 Flak schießt unterhalb der Wolken ah 109 schade schade wäre schön gewesen berühre bist du in Kontakt? ne ne negativ er kann sich schon er kann sich schon runter gestürzt haben die Plenny kann aber auch ne ne da oben fliegt was da oben fliegt was definitiv aus keine Plenny das ist ein Jäger oh da unten ist der Luftkampf da brennt ne 109 ja 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 unten am Flugplatz direkt genau ups jetzt hab ich verloren an die Luftkampf hab dich ja ja wenn sich die alle da hinunterziehen lassen wie die Lemminge öffne ich denn noch mit mir 110 da sind noch immer zwei Kontakte nördlich des Flugplatzes ich glaub da ist ne 109 vielleicht im Bedrängnis aber ich würde gerne mal ne Plenny auch machen Richtung Diab aber ich geh kurz nur leicht runter ich seh da einen Kontakt einen einzelnen auf 1 Uhr niedrig ich möchte nicht schauen was das ist von Ligus Co. aus würde ich das gerne mal tun da ist ne 109 geh wieder hoch Waltersau kommst du mit? äh ja klar wo hin? wo bist du? im Kreise hier zwischen Flugfeld und Wald da ist ne Harry da ist ne Harry hinter der 109 ganz tief bin ich ok und wo soll es denn gehen? Richtung Diab die ist aber auch so schön langsam bleibst du oben und ich stütz mal runter ja ich komm aber auch ein bisschen runter das ist mit zu hoch hier auf 40 hier so leicht unter Wolkendecke wie Pilon-Rakete äh wie du du wirst bei Ligus Co. aus sein oder? ich bin wirklich relativ tief ich komme jetzt gleich übers Flugfeld in der Lisa jetzt jawoll so eine Treffer oh da trudelt er jetzt hat er sich gefangen ich geh noch einmal drauf ich geh noch einmal drauf Karaya jetzt wo es bei dir um nichts mehr geht wie durch den Strand ich seh dich Victor Waltersau alles klar oh da war noch ein Abschuss ich stütze auch nochmal rein Pilon-Archete äh Carman-Revenge sind sie gerade siehste die Schweine die können wir noch kriegen wenn wir uns beeilen ja auch let's go Victor dreimal Wahnsinnige und Power ich geh noch mal drauf jetzt müssen wir cross-süd oder sowas fliegen ne cross-west oh brennt äh ost na da brauche ich noch mal drauf weil ich mir noch da springt er ab mit geröse mir noch ja ist auch eine weise Entscheidung oh kommt da oh Hurricane vor uns über uns siehst du Ja, ne, ich bin weit entfernt, oder? Nein, direkt vor uns. Victor, Victor, ich häng mich mal hinten dran. Der hat uns nicht gesehen, zum Glück. Nein. Der ist aber, ja, das ist scheiße, der ist direkt vor uns. Jetzt kommt er runter, Vorsicht. Ja. Dich hat er, glaube ich, wenn er, hat er dich gesehen. Nein, nein, der sieht da unten irgendwas wahrscheinlich. Ich geh mal hinten rein. Victor, bleib erst nochmal leicht hoch, komm aber dann je nachdem auch noch dazu. Was macht denn der, was war denn das für ein Manöver? Du, mich stört's nicht. Ich fliege Postrichtung Ost. Oh, kommt noch einer entgegen, Vorsicht. Noch eine Spidne beschädigt, das nicht gerade passiert, aber du bist frei. Um sie abzufangen. Wenn du rausgehen würdest, ich kann sofort rein. Okay, dann geh rein. Victor. Ups, wo war ich denn jetzt? Ich setz mich hinter sie. Ich bin da, der Rollstuhl. Schieße. Bisschen Treffer nicht viel. Oh, Pilotkill. Ost, Süd, Ost muss verfliegen, wir müssen noch ein bisschen über Rolf. Wirklich? Ja. Oh Gott. Ganz krasser Winkel. Unten war noch flach eine Spritziehende Spit. Eine Spritziehende Sprit. Ja, so ähnlich. Ramston und Manskate. Lolf und Rieser. Ramston, sei denn Ramston oder Manskate? Karajai, wenn du mich siehst, auf meiner 3 unterhalb, ich geh gleich drauf. Seh ich noch nicht. Sorry, hurry, hurry. Runter auf 3 etwa Höhe. Ah, jetzt seh ich's, ja. Siehst du was? Ist ja nix. Negativ. Bin blind. Treffer. Die werden direkt auf Südkuss gegangen sein. Victor, ich geh drauf. Victor. Ich hab nur einmal, oh ja, oh ja, da kommst du aber ran geschossen. Föhn, aber Fahne zieht sich. Du kannst bitte den Kurswechsel nächstes Mal ansagen. Warum? Ich hab mich fast aus den Augen verloren gerade. Das ist immer hilfreich am Karajam. Oh, das war Karajam, er hat doch unter mir Seid, ja bist du klar? Ja, derweilen noch, aber er kommt jetzt head on auf mich drauf. Also du könntest drauf gehen. Ich übernehme ihn. Ja, setz ihn mal unter Druck. Ich zieh ihn mal ein wenig. Warte, warte, warte jetzt mal. Das ist ein bisschen steil. Ich ram mich noch fast rein. Das wollte ich gerade sagen, das ist ein wenig gar steil. Ja, jetzt aber war alles geplant. 12 Uhr voraus, ein bisschen niedriger. Er zieht weg. Ja, ich komme wieder zurück. Ja, hab ihm einiges mitgegeben. Geh raus. Redet jetzt über Lisa. Geh nochmal rein. Bist du dran und sonst? Ich schieße gleich frontal. Okay, dann mach ich schon mal ein bisschen Energie. Oh, Motorradio der Scheisse, hey. Au, hast du wirklich von... Victor, ja. Ja, da muss ich Norden raus. Geht sich schon aus. Der freut sich. Hat er sich in Karaya geschossen. Achtung, Kontakttreibung. Wobei du es nur nach Haus schaffst, geh nochmal auf. Ja, von hier locker. Ja, ja. Da ist ein Deutsch schon. Siehst du den da oben auf halb elf, der hoch ist? 12 Uhr ist Aufenkontakt. Okay, Motor ist aus. Eigentlich hau erstmal raus. Mal gucken, was das voraus ist, aber ich schätze, meinst du das in Deutsch schon? Flickradkurs, äh, 60 circa. Das ist der kürzeste Kurs nach Hause. Ja, eigentlich ein bisschen steiler ist es nicht hier, also 50, 40. Ah, wir werden schon gehen. Siehst du ja den Fluss, der muss ja nur über den Fluss kommen. Ja, den Fluss habe ich eh schon fast passiert. Biss ja eigentlich. Wofür es etwa hier steht, der steht für Freiheit. Was ist das? Das ist ein Falkenberg, der seine Stimme manipuliert. Lebano, bist du aufgeschlagen? Ja, dummerweise. Ich glaube, wir haben einen Hurricane über uns. Da habe ich zu lange hingestellt. Schaut mal bitte über euch. Nee, da müsste eigentlich, äh... Balthasar gewesen sein, oder? Nee, nee, ganz, ganz oben, gesagt. Schön. Ach, oben müssen wir schnell gestattet sein. Ach, Entschuldigung, ich hätte Morph 9. Oh, 4,16 und 3,98, sehr schön. Mal hoch wie du. Wer ist noch bei mir? Freiheit und Balthasar. Richtig so. Bist du hinter mir? Du. Ich sehe dich dummerweise nicht, ich flieg mal auch kurz 60, aber bin noch vor dem... Ah, ich glaube, ich sehe dich, du bist auf meiner 5 Uhr weit entfernt. Ich versuche mich mal hier auf ein Flugfeld bei Armia zu setzen. Skylon, wo bist du? Skylon landet gerade. Ich würde dann auch nochmal starten. Muni habe ich auch nochmal so viel, deswegen... Sprit auch nicht. Skylon heißt das nicht, Skylon. Super Skylon. Und fliegst du mir jetzt auf, ja, an mir. Wird aber schwer, oder das noch zu erreichen? Mal schauen, jetzt... Er rüttelt noch nicht, also... Und Temperatur ist auch noch okay. Oh, jetzt geht's langsam, glaube ich, ab. Exhaust Head Failure. Oh, oh. Ja, oh, jetzt fängt es... Die Vibrato-Funktion hat sich eingeschaltet. Määääää. Genau. Und auf der obersten Stufe sogar. All gasket leak, oder? Ei, ei, ei. Hast doch gesehen. 1,7, aber 1,7. Ja, dann suche ich mir doch hier mal ein schönes Feld, oder? Eins in Formen, eins in normalen Tönen. Macht jetzt mal ein Spiel. Eins im Graurad. Ah, da ist ein schönes. Ich habe Gott sei Dank beim Segel fliegen, äh, fliegen noch nie äh, außen landen müssen, das wäre sicher auch interessant. Ah, aha. Was macht der Jüngling da für Soundeffekte? Na, wenn du mich so titulieren darfst, muss ich auch was für dich eingefragen. Ach, das ist halt ein Zlingo. Ach, die sind ganz oben. Das hat doch jeder irgendwie einen Nickname. Der Dui ist unser flugunfähiger Vogel. Der Dodo. Genau. Oh, schön im Roggenfeld hier. Im Weizenfeld. Äh, ist noch 109 vor uns, so wie es aussieht. Wer startet jetzt alles nochmal? Ich, ich. Ich auch. Wo geht's los? Tell me where and where. Oh, wow, was machen die denn, ey? Sind die dritter Masse? Entscheidet ihr, ich bin gleich am landen und will dann eine klare Anweisung, bitte. Bleibt mal hinter mir. Checkt her. 1444 Sprit vom Mars aus Richtung Jupiter. Jetzt.